Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quick-Tip am Montag hier im Recording-Blog. Und die Aufgabenstellung für das heutige Video lautet Schmutz beseitigen bei 300 Hz mit dem Pro Q3. Und die Basis dieser Frage kam von Jochen über eine Frage, die er mir zugeschickt hat. Hallo Jonas, wenn ich das Preset Mix-Mud Removal in Arbeit sehe, dann sieht das so aus. Ziel, einen Bereich um 300 Hz aufzuräumen, Weg dahin, minus 3 dB um den Frequenzbereich absenken und dann dynamisch 2 dB zurückgeben. Beobachte mal die Kurve dieses Presets, es sieht so aus, wenn Stille ist, 3 dB absenken, kommt Ton, dann um 2 dB zurückgeben, also diesen Frequenzbereich wieder lauter machen. Somit ist doch wieder Matt mehr vorhanden. Matt heißt ja Schlamm oder Schmutz auf Englisch. Also ich verstehe das wirklich nicht. Du, wenn du mal Zeit hast, wäre ich um deine Hilfe sehr dankbar. Viele Grüße, Jochen. Erstmal einen Gruß zurück, lieber Jochen. Und ja, ich hatte mittlerweile Zeit, mir das Ganze mal anzuschauen. Ich habe ja nicht alle Presets durchgeguckt vom Pro Q3, aber dieses ist wirklich sehr interessant. Das ist, weil es tatsächlich zwei Sachen gleichzeitig macht. Zum einen senkt es um 2 dB bei 300 Hz ab. Es sind 2 dB, nicht 3. Und zum anderen gibt es die dynamisch wieder zurück. Warum? Warum erst absenken, um es dann dynamisch wieder zurückzugeben? Ich erkläre es mal am Beispiel von diesem Song, den ich hier gerade aufgemacht habe und habe das Preset hier mit dem Equalizer jetzt einfach mal auf die Summe draufgeladen. Gehen wir das Ganze mal mit zwei Fragestellungen an. Zum Ersten, warum 300 Hz? Ganz einfach, ich habe mal einen anderen Equalizer vorbereitet und wir hören uns einfach mal an, was erstmal dieser Bereich bei 300 Hz ist. Ich habe hier den ganz normalen Pro EQ, der ist fast ähnlich bei Studio One, den Pro EQ angemacht. Und wir hören mal, was passiert, wenn wir bei 300 Hz absenken. Und ich hoffe, dass du jetzt Kopfhörer auf hast oder dass du jetzt über eine gute Abhöre hörst auf jeden Fall. Oder wenn du nicht so ganz trainierte Ohren haben solltest, versuch mal zu hören, ob du wirklich einen Unterschied hörst, wenn ich zwei Dezibel bei 300 Hz absenke. Ich finde, es ist gut hörbar und es räumt den Mix gut auf. Aber achte mal drauf, vielleicht kannst du jetzt auch ein bisschen deine Ohren trainieren. Also, ich mache das mal erstmal ohne und dann schalte ich das mal an und bin mal gespannt, was du dazu sagst. Hören wir mal rein. Also, ich finde, man kann schon relativ deutlich hören, dass der gesamte Mix, also hier auf dem Masterbus, schon aufgeräumter klingt, wenn man diese 300 Hz ganz leicht absenkt. Natürlich verlieren der Bass, die Bassjam und auch die Snare und vielleicht noch andere Anteile in deinem Song, ist ja von Song zu Song abwechselnd, verdienen die ein kleines bisschen Druck an der Stelle. Aber im Prinzip klingt der Mix schon ein bisschen aufgeräumter. Ich kann dir ja mal diesen Bereich ein bisschen überexponiert. Kann ich dir denn mal zeigen, was das genau bedeutet. Das ist nämlich genau dieser hier. Und wenn er so überbetont ist, dann weiß man auch sofort, von welchen Frequenzen man hier eigentlich spricht. Das klingt schon so ein bisschen telefonisch, nasalig, dunkel, belegt irgendwie. Und klar, wenn das dann weniger ist, nämlich um genau diese 2 dB, dann klingt es schon charmanter. Soweit zu den 300 Hz. Jetzt kommen wir aber zur zweiten Frage, die wir klären müssen. Denn das Ganze ist ja ein Preset beim Pro Q3. Und der Pro Q3 hat in dieser 3er-Version, in der 2er-Version hatte er es, glaube ich, soweit ich weiß noch nicht, hat er eine dynamische Komponente hinzubekommen. Und das ist das, was du auch in deiner Frage geschrieben hast, Jochen. Auf der einen Seite werden bei 300 Hz 2 dB abgesenkt und dann dynamisch wieder hinzugegeben. Jetzt, die dynamische Komponente hier im Pro Q3 ist, ja, dynamisch, aber bei weitem nicht so ausgewachsen wie beim Multiband-Kompressor zum Beispiel, den die haben. Also einen Kompressor, der auf verschiedenste Frequenzbänder wirken kann. Aber er ist zumindest schon mal so weit, dass er auf der einen Seite komprimieren kann und auf der anderen Seite, so sagt man es, glaube ich, auf der anderen Seite aufwärts expandieren kann. Aufwärts expandieren? Was ist denn ein Aufwärts-Expander? Gibt es auch einen Abwärts-Expander? Ja, den gibt es auch. Man unterscheidet zwischen diesen beiden. Der eine ist im Prinzip, der Abwärts-Expander ist ein Noise-Gate, nennt man zum Beispiel das Plug-in. Also zu einem Noise-Gate kann man auch Abwärts-Expander sagen. Beispiel, ein Abwärts-Expander oder eben auch ein Noise-Gate senkt das ganze Signal um einen gewissen Pegel ab und wenn das Signal dann einen gewissen Threshold übersteigt, dann wird das Signal durchgelassen. Ganz einfach, ne? Und der Aufwärts-Expander funktioniert ein kleines bisschen anders. Der lässt das Signal unangetastet, hat aber auch einen Threshold. Und immer wenn das Signal diesen Threshold übersteigt, dann wird das Signal, was es übersteigt, nochmal um einen gewissen Anteil angehoben. Und wenn wir mal hier auf das Preset drauf gucken, dann kann ich das mal reinzoomen, dann siehst du hier, dass hier, wenn der Threshold überstiegen wird, um 2 dB angehoben wird. Das ist ja das, was du gesagt hast, ne? Auf der einen Seite 2 dB absenken und dann wieder 2 dB dynamisch dazugeben. Der Trick ist jetzt, dass man genau diesen Threshold hier auf der rechten Seite so einstellt, dass das Signal eben nicht dauerhaft irgendwer da drüber geht, sondern dass das Signal natürlich nur bei bestimmten Signalanteilen, also bei bestimmten Peaks über diesen Threshold drüber geht und dann entsprechend angehoben wird. Das sorgt dafür, dass in diesem Fall habe ich den Threshold jetzt zum Beispiel so eingestellt, dass Bass-Jump und Snare, also die Peaks im Signal, wenn die drüber gehen, dass die dann nochmal entsprechend diese 2 dB angehoben werden bei 300 Hertz. Und dadurch hat man zwei Effekte. Zum einen werden die 300 Hertz abgesenkt im gesamten Mix, das heißt, das Signal wird aufgeräumt, kommen aber Bass-Jump, Snare oder vielleicht auch ein paar Bassanteile, die in diesen Peaks drin sind, kommen die über den Threshold hinaus, behalten die ihren Druckpunkt. Das heißt, man hat Best of Both Worlds, das beste aus beiden Welten, auf der einen Seite Aufräumeffekt bei 300 Hertz, auf der anderen Seite behalten Bass-Jump, Snare oder die Peaks, die dann hält, entsprechend drüber gehen über den Threshold, behalten ihren Druck bei 300 Hertz und verlieren dann eben nicht ihren Druckpunkt an der Stelle. Und ich kann dir das mal vorführen, indem wir mal beide Equalizer im Vergleich hören. Einmal den dynamischen, der also wieder zurückgibt bei 300 Hertz, immer wenn der Threshold überstiegen wird, und auf der anderen Seite dann der ganz normale Equalizer. Und den mache ich mal daneben. Und dann schalte ich mal genau dazwischen hin und her und achte bitte mal darauf, wie sich Bass-Jump und Snare vor allem verhalten. Das sind nämlich die beiden Instrumente, die dann hier auf dem Master-Boost den Threshold übersteigen und dann entsprechend mehr bei 300 Hertz haben. Bin mal gespannt, ob du das auch hörst. Ich fand es beim Vorbereiten dieses Videos relativ dramatisch. Das heißt dramatisch, auf jeden Fall hat es gut getan, dem Mix. Sagen wir es mal so, dramatisch nicht, weil dramatisch geht ja in beide Richtungen. Aber es hat dem Mix auf jeden Fall gut getan, dass Bass-Jump und Snare ihren Druckpunkt behalten haben und ich den Rest des Mixes trotzdem aufgeräumt habe. Wir fangen mal an mit dem normalen Equalizer, der ganz normal absenkt und dann schalte ich mal dynamisch zwischen den beiden hin und her. Schauen wir mal, was passiert. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Also ich finde, es fällt schon deutlich auf, dass es auf der einen Seite der aufgeräumte Mix ist mit diesen 300 Hz 2 dB Absenkungen, auf der anderen Seite Bassjam und Snare, also genau die Signalanteile, die über den Threshold hinausgehen und dann aufwärts expandiert werden, erweitert werden, dass die dann trotzdem ihren Druckpunkt behalten. Und das ist der Sinn und Zweck, glaube ich, von diesem Preset, in dem man beide Komponenten miteinander, gegeneinander, füreinander einsetzt. Vielleicht hast du aber da draußen auch einen Einsatzzweck für dieses Preset oder für einen Aufwärts-Expander, irgendeinen Lieblings-Einsatzort, möchte man sagen, wo du einen Aufwärts-Expander einsetzt. Dann schreib doch gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich bin mal sehr gespannt, wo du dich verliebt hast in einen Aufwärts-Expander und diesen einsetzt und auf diesen gar nicht mehr verzichten möchtest. Entweder als dynamische Komponente im Pro Q3 oder als einzeln stehendes Plug-In, das du vielleicht separat einsetzt, bei irgendwelchen Drums, Bass, Gitarren oder sonst wo irgendwie. Schreib es uns unten gerne in die Kommentare und ich bin sehr gespannt, was die Recording-Blog-Familie da an Wissen zusammenträgt. Und ich hoffe, dieses Video hat dich mehr aufgeklärt, als es dich verwirrt hat. Es ist schon ein schwieriges Thema, ich gebe es zu. Man muss das wirklich verstehen, dass da auf der einen Seite die Absenkung, auf der anderen Seite die dynamische Anhebung ist. Aber ich hoffe, dieses Video hat dir ein kleines bisschen geholfen, auch dir, lieber Jochen, das Thema ein kleines bisschen mehr zu verstehen. Und es macht wahrscheinlich eher Sinn, dieses Preset auf der Summe einzusetzen, als auf Einzelsignalen. Wir sehen uns auf jeden Fall die Tage wieder zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste, mach's gut und Yasu!